In dieser Übung wirst du erfahren, wie du deinen Geist und dein Herz so öffnen kannst, dass du eine ausgedehnte und von Weisheit getragene Perspektive einnimmst. Diese Übung ist besonders hilfreich, wenn man von Geräuschen umgeben ist. Statt diese als Hindernis zu empfinden, kannst du die Übung anwenden, um dich vom Spiel des Klangs zu der natürlichen und offenen Freiheit führen zu lassen, die dein eigener Geist ist. Ich kenne eine Lehrerin, die mit ihren Schülern in die Stadt geht, damit sie dort mit dem großen Geist des Buddha dem Lärm der Stadt lauschen können, den vorbeikommenden Autos und Menschen, den Sirenen und Geräuschen, die alle ein Teil des Spiels des Lebens sind. Diese Übung ist ebenfalls hilfreich, wenn man irgendwelche Probleme damit hat, die Aufmerksamkeit auf den Atem oder den Körper zu richten. Sie stellt einen einladenden, leichten und öffnenden Weg dar, Bewusstsein hervorzubringen. Sie stellt einen Weg dar, das Bewusstsein über den Atem und den Körper hinaus auszudehnen und zurück zu unserer wahren Natur zu bringen. Diese Übung verweist direkt auf die Natur des Geistes, die von meinem Lehrer als ursprünglicher Geist bezeichnet wurde, als der reine Raum des Bewusstseins, der das Bewusstsein selbst ist. Es ist eine wundervolle Meditation, um sich weiterzuentwickeln und Ruhe zu finden und der man gestatten sollte, das alltägliche Leben zu durchdringen. Dies ist die Meditation des ausgedehnten Bewusstseins. Setz dich zunächst einmal ruhig hin, sodass es für deinen Körper angenehm ist. Es ist bei dieser Übung hilfreich, wenn du still und entspannt da sitzen kannst und dich nach Möglichkeit nicht bewegst. Entspanne dich. Halte die Augen während dieser Zeit sanft geschlossen. In dieser Meditation wirst du dich nicht auf deinen Atem oder deinen Körper konzentrieren und auch nicht auf andere Formen des bewussten Wahrnehmens, die du sonst vielleicht einsetzt. Stattdessen richtest du deine Aufmerksamkeit ganz auf das Spiel der Geräusche. Lausche auf die Worte und den Raum zwischen ihnen. Nimm den Klang der Stille wahr, die nach dem Ende der Worte eintritt. Bemerke auch das Spiel der Geräusche, das dich umgibt, wo immer du bist. Die leisen Geräusche dort, wo du sitzt. Die Geräusche in der Ferne. Und all die Geräusche, die kommen und gehen. Und während du lauscht, nimm dein Bewusstsein wahr, dass all diese Geräusche hört. Dies ist dein eigener Geist, unverfälscht und frei. Und was den Klang aufnimmt, ist das riesige, ausgedehnte Wissen deiner eigenen, wahren Natur. Sinke tiefer und tiefer in das Hören hinein. Du hörst diese Worte kommen und gehen, Du hörst den Raum zwischen ihnen Und du hörst den Klang von Glocken. Während du zuhörst, Ruhe in dem Raum des Wissens. Der Geist ist so frei und offen wie der Himmel, Klar und gelöst. Der Geist in seinem wahren Zustand ist ausgedehnt, Frei und offen, gewaltig Und klar wie der Himmel. Ohne jede Dualität Er ist transparent Farblos Er bewahrt alle Dinge Und ist durch sie dennoch nicht begrenzt. Dies ist die wahre Natur deines eigenen Geistes. Entspanne dich, während du zuhörst Und ruhe in dem Raum des Bewusstseins selbst, In dem Raum des Hörens. Und während du dem Klang der Glocken lauschst, Fühle Fühle Spüre oder stell dir auf jede erdenkliche Weise vor, Dass dein Geist nicht durch die Größe des Kopfes begrenzt wird. Spüre Spüre Fühle Sieh und stell dir vor, Dass dein Geist so frei und offen ist, Wie der von deinem begrenzten Körper weit entfernte Himmel, Dass dein Geist grenzenlos ist, So wie der Raum an sich. Lass die Vorstellung los, Dass der Geist in deinem Kopf Oder beschränkt auf deinen Körper ist. Werde weich Und entspanne dich, Öffne dich. Spüre, wie dein Geist so weit wird, Wie der freie Himmel. Höre Oder spüre Das sanfte Spiel der Geräusche in weiter Ferne Und spüre, wie dein Geist sich in jede Richtung Weit über diese Grenzen hinaus erstreckt. Entspanne dich in diesem Raum des Wissens Und lasse die Geräusche dieser Worte Die Geräusche um dich herum Die Geräusche der Glocken Lasse all diese Geräusche wie Wolken aufsteigen In dem riesigen, offenen Raum Deines eigenen, offenen Geistes auftauchen Und wieder verschwinden. Die Geräusche Die Geräusche Ruhe in dem Raum des Bewusstseins Sinke in ihn hinein Vertraue ihm Er ist dein Zuhause Und während du das Spiel der Geräusche hörst Tauchen diese wie Wolken auf Die in dem Raum des Geistes existieren Und verschwinden wieder Ohne eine Spur zu hinterlassen Werde zu dem Raum des Bewusstseins selbst Sinke in ihn hinein Vertraue ihm Vertraue ihm Vertraue ihm Und während du dem Spiel der Geräusche lauschst, die auftauchen und wieder verschwinden, werde dir auch des Spiels der Gedanken bewusst, die in diesem riesigen, offenen Geist auftauchen. So wie die Geräusche kommen und gehen, tauchen auch Vorstellungen und in Worte gekleidete Gedanken auf, um eine Geschichte zu erzählen oder ein Bild zu zeigen. Sie tauchen für einen Augenblick wie Wolken aus dem Nichts auf und verschwinden dann wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ruhe in diesem offenen und freien Bewusstsein des Geistes. Sinke hinein. Die Geräusche kommen und gehen. Die Geräusche Die Geräusche Und wie zuvor die Geräusche tauchen jetzt Gedanken und Bilder für einen Moment auf, erscheinen und verschwinden wieder in dem riesigen, offenen Raum deines eigenen Geistes. Ruhe in dem Bewusstsein. Nimm die Erscheinungen wahr, wenn sie auftauchen, die Erscheinungen der Geräusche und der Gedanken und fühle die Stille, in die sie zurückkehren. Vertraue ihr. Sinke in sie hinein. Sie ist dein Zuhause. Ich bin die Erscheinungen der Geräusche. Geräusche kommen und gehen. Bilder und Gedanken tauchen auf und verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ruhe in dem riesigen Raum des Geistes. Friedlich. Durchscheinend. Zeitlos. Erwacht. Alles zulassend Und doch durch nichts davon begrenzt. In diesem riesigen Raum des Geistes wirst du auch auf das Spiel der Empfindungen aufmerksam werden, die den Körper ausmachen. Wenn du sorgfältig spürst, findest du keinen festen Körper. Du findest lediglich Bereiche und Stellen, an denen Empfindungen stattfinden. Druck und Härte, Wärme und Kälte, Unterschütterungen, Empfindungsbereiche, die in diesem riesigen, offenen Raum des Geistes dahin gleiten und sich langsam verändern. Bei diesem Körper gibt es kein Innen und Außen. Spüre den Empfindungen und dem Raum um sie herum sorgfältig nach. Wärme, Prickeln, Kühle, das Dahin gleiten im Raum des Bewusstseins. Lass es einfach zu. Lass die Empfindungen auftauchen und dahin gleiten und sich verändern, wie sie es wollen. Ruhe in dem riesigen Raum des Bewusstseins, in dem Geräusche und Empfindungen auftauchen und dahin gleiten und verschwinden. Sinke tiefer in den Raum des Wissens selbst, klar und offen. Vertraue ihm, Ruhe in ihm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Geräusche kommen und gehen. Diese Worte tauchen auf und verschwinden wieder. Die Glocken erheben sich wie Wolken und verschwinden wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen. Gedanken und Bilder, Worte und Vorstellungen tauchen in dem Raum des Geistes auf. Zeigen sich und lösen sich auf wie die Wolken. Ruhe im Himmel des Erkennens. Ruhe in dem reinen, offenen Raum des Erkennens. In dem riesigen Raum deines eigenen Geistes. Vertraue ihm. Empfindungen gleiten dahin und verändern sich langsam. Kühle und Wärme. Erschütterung und Druck. Härte und Weichheit. Entspannung und Anspannung. Lass sie einfach dahin gleiten und sich so verändern, wie sie es wollen. Ruhe in dem Raum des Bewusstseins. Vertraue ihm. Nimm auch wahr, daß genau so, wie die Empfindungen dahin gleiten und sich verändern, der Atem sich wie eine Brise bewegt. Es gibt weder innen noch außen. Die Kühle und die Bewegung, die Erschütterung und die Empfindung des Atems tauchen für einen Moment wie eine Brise auf und verklingen. Bis sich die Brise von neuem regt. Kein Innen und kein Außen. Die weiche Bewegung des Atems in dem riesigen Raum des Geistes. Ruhe in dem Raum des Bewusstseins, für das der Atem und die Geräusche und die Gedanken Wolken sind, die auftauchen und wieder verschwinden. Ruhe in der Reglosigkeit und Stille, die sich riesig und offen um alle Dinge herum erstreckt. Ruhe in der Neue Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Atem bewegt sich wie eine Brise im Raum Gedanken und Bilder ebenso wie Gefühle, wie Veränderungen und Wetter Freude und Kummer, Aufregung und Sehnsucht tauchen im Raum des Geistes auf und verklingen wieder Um zu wissen, ob dies so ist oder nicht, blicke direkt auf deinen eigenen Geist Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ruhe in dem grenzenlosen Bewusstsein, das offen, frei und zeitlos ist Ruhe in dem tiefen Frieden, der mit der Erinnerung daran kommt, wer du wirklich bist Der Erinnerung an die wahre Natur des Geistes, der frei wie der Himmel ist Offen für das Spiel aller Erfahrungen, die riesige wissende Stille, die alle Dinge enthält, aber nicht durch nichts davon begrenzt ist Vertraue diesem Bewusstsein Es ist eine wahre Natur Zeitlos Offen Erwacht Dies ist dein Zuhause Und dann, bevor du die Augen öffnest, lass in diesen riesigen Raum des Bewusstseins den Geist des Mitgefühls strömen Dass du für all jene empfindest, die sich verfangen Mitgefühl mit all jenen, die den riesigen und freien Raum des Geistes vergessen haben, der ihre wahre Natur ist Und die sich, indem sie ihn vergessen, verfangen und verwickeln und die Leiden der Welt erschaffen Lass diesen großen, offenen Geist des Bewusstseins von Mitgefühl für all jene Wesen erfüllt werden, die ihre wahre Natur vergessen haben Und wünsche ihnen, dass auch sie sich daran erinnern mögen, wer sie wirklich sind Und während du dich darauf vorbereitest, die Augen zu öffnen, erkenne, dass die Erscheinungen, die sich vor deinen Augen abzeichnen Ebenfalls das Spiel der Erfahrungen in diesem riesigen, offenen Geist und dem großen Mitgefühl sind, das ihr bewahrt Öffne jetzt die Augen und kehre in die Welt zurück Ruhe aber weiter in der großen Stille Vertraue dieser Zuflucht Sie ist eine wahre Natur Es ist nie zu spät, sich an die wahre Natur des eigenen Geistes zu erinnern Du kannst zu jedem Zeitpunkt dorthin zurückkehren Offen Ausgedehnt Mitfühlend Und frei Erinnere dich daran Wie du wirklich bist Auf Wiedersehen Du kannst du dich? Wo Du bist Und du kannst du dich? Du kannst du dich? Du kannst du dich? Untertitelung des ZDF, 2020